Herzlich Willkommen zurück zu den Smash Tutorials hier bei Swords Smash Bros. Ultimate. Heute geht es um... VARIO! VARIO! Der einzig wahre Knoblauch-Fan! Legen wir mal los! Ja, VARIO hat im Vergleich zu anderen Smash-Teilen sehr, sehr viele Buffs bekommen. Er verhält sich schneller und ist wirklich einer der besten Charaktere. Ne? Also, was wir mit dem angestellt haben, weiß ich. Also, er hat irgendwie das magische Knoblauch entdeckt. Und hat jetzt Super-Kräfte entwickelt. Also, jetzt mal ohne Witz. Er ist so gut in dem Spiel. Holy Shit! Dash Dance! Extrem gut! Eine ganz gute Reichweite. Ist gar nicht so ein kurzer Dash. Und die Animation sieht mega-awkward aus. Ganz schnell Down-Shield draus machen aus dem Dash Dance. Supergeil! Aber, ja. Und das normale Movement Speed ist auch richtig, richtig super. Dafür, dass VARIO so fett ist, ist er dann doch sehr, sehr schnell, wie ich finde. Ist jetzt nicht, ähm, der schnellste Charaktere, um Gottes Willen. Aber guckt euch das nochmal an. Dafür, dass der Heavyweight ist, und auch einer schwersten Charaktere im Spiel ist, ist er extrem schnell on Ground. Und in Luft möchte ich gar nicht erst anfangen. Air Mobility, richtig geil. Einer der besten im Game auch. Guckt euch das mal an. Wie mobil der ist. Das ist richtig gut. Und die Grab-Range ist auch ziemlich lächerlich. Guckt euch das mal an. What? What? Die Pivot-Grab-Range vor allem. What? Also, er hat auch eine richtig krasse Grab-Range. Man könnte meinen, er ist eine ganz normale Grab-Range, wenn man sich das so anschaut. Aber die ist ein bisschen over the top, würde ich mal sagen. Ja. Also, wenn man sich das jetzt hier anschaut vom Basic-Movement, das ist alles überdurchschnittlich gut. So, fangen wir jetzt an mit den einzelnen Moves. Kommen wir zuallererst zum Jab. Der Jab an sich besteht aus zwei Hits. Hit 1, Hit 2. Und wenn man den zweiten Hit ausführt, der ist eben halt nicht mal safe. Ja. Die Jab-Combo generell bietet keine Follow-Up-Möglichkeiten, keine Combo-Möglichkeiten. Ist einfach nur eine schnelle Option. Und, ja. Ich weiß nicht. Die Range ist nicht so toll. Ist halt punishbar. Und, ja, ich weiß nicht. Kein Reward so richtig. Ich würde den Jab einfach vom Wario gar nicht benutzen. Denn ihr habt den Down-Silt. Der Down-Silt macht alles besser. Der Down-Silt ist ein besserer Combo-Starter. Der Down-Silt hat eine bessere Range. Dadurch duckt Wario sich. Und, ja. Ist einfach die bessere Option. Deswegen würde ich einfach den Jab nicht benutzen. Kommen wir jetzt zur Dash-Tack. Die Dash-Tack von Wario besteht aus zwei Hitboxen. Einmal den Sour-Spot und einmal den Speed-Spot. Speed-Spot bei den ersten aktiven Frames. Seht ihr? Und Sour-Spot bei den letzten aktiven Frames. Den Sour-Spot kann man auch nicht kombon. Aber man kann, wenn der Gegner nicht schnell genug reagiert, Follow-Obs bekommen. Nicht einmal Neutral-Air. Und einmal Forward-Air. Das ist kein True-Combo. Um Gottes Willen nicht. Aber wenn der Gegner eben halt nicht jumpt. Versucht. Zu Air-Dodge oder sonst was danach. Dann kann man eben halt diese Follow-Ups bekommen. Nur kein True-Combo. Ganz wichtig zu erwähnen. Die Dash-Tack wird benutzt. Um Landings zu catchen. Und wenn der Gegner was auf Mid-Range gewifft hat. Dann kann ich auch kommen mit der Dash-Attack. Sehr, sehr strong. Darf ich übrigens mal anmerken, dass die Dash-Attack richtig geil aussieht in dem Spiel. Das ist halt so wie ich die Dash-Attack aus dem Wario Land spiele. Die Ram-Attacke. Und nicht diese komische Dash-Attack aus Smash 4, die gar nicht so richtig zu Wario gepasst hat. Ja, Dash-Attack kills bei 120% an der Edge. Und Dash-Attack kann auch als Combo-Finisher dienen. Nämlich nach den Down-Tills. Bei Low-Prozent. Down-Till, Down-Till. Dash-Attack. Bei Höhen-Prozenten. Ganz hohen-Prozenten. 100%. Eindounted in Dash-Attack. Und ihr seht schon, habt ihr Edge-Guard-Möglichkeit. Und das war's. Der Gegner fliegt sehr weit weg. Und dann kann man eben versuchen, den Gegner zu Edge-Guard an. Und bei noch höheren Prozenten stirbt der Gegner an Dash-Attack. Also Good-Kill-Option. Combo-Finisher. Landing-Punish. Und Whiff-Punish. Richtig gut. Und man hat so mit den Sour-Spots so Pseudo-Follow-Ups. Ich finde, die Dash-Attack ist klasse. Es gibt definitiv bessere Dash-Tacks. Aber es gibt auch einige, die schlechter sind. Gut. Kommen wir jetzt zu den Tills von Mario. Erstmal den Down-Tilt. Ist der so gut? Der ist so gut. Kommt in sich selbst. Und wie gesagt, man kann dann Follow-Ups machen. Mit Dash-Attack. Dauntilt, Dauntilt. Dash-Attack. Oder ihr könnt aber auch F-Tilt machen. F-Tilt ist auch sehr solide. Ein sehr starker Kill-Move. Der auch Engel war. Aber dazu kommen wir später. Der wurde an der Edge. Sollten wir das jetzt nicht machen. Aber ja. Also entweder nach den Dauntilts F-Tilt. Dash-Attack. Oder aber. Jetzt passt auf. Grab. Grab geht auch. Seht ihr? Das ist ganz nice. Und das sind so die voller Hauptmöglichkeiten, die man hat. Wofür ist jetzt der Dauntilts? Erstmal um seine Hurt-Box zu shiften. Man kann das eh mal nach den Dash-Stands als Poking-Tool verwenden. Die Range ist ridiculous. Seht ihr wie gut die Range ist? Das ist Max Range hier. Mit dem Mittelfinger. Von Vario. Das ist so gut. Holy shit. Und wenn man dann den Jab dagegen anschaut. Ööööööööööööööööööööö. Da muss ich nicht viel zu sagen. Deswegen benutzt einfach den Jab nicht. Aber ja. Nach dem Dash-Dance. Mutual zu Poken. Freut mich, wenn ihr den Gegner gecrossed habt. Seid ihr jetzt hinter ihm. Könnt ihr sowas machen. So schön. Wenn ihr den Schild trefft, könnt ihr versuchen für den Grab zu gehen. Sonst stasht ihr einfach wieder weg. Und kommt nochmal rein mit dem Down-Tilt. Das ist so ein guter Move. Mega safe. Mega gut. Wirklich. Klasse Move. Einfach nur amazing. Gibt es auch nicht viel mehr zu erklären. Weil. Ne. Ein Combo-Move. Combo-Starter. Poking-Tool. Was willst du mehr? Kommt nun zur F-Tilt. Der F-Tilt ist engelbar. Nach oben. Nach unten. Und ist eben halt eine sehr starke Kill-Option. Die Smashes von Vario. Finde ich alle nicht so gut. Dazu kommen wir ja später noch. Aber der F-Tilt ist quasi so ein kleiner Smash. Der ist echt sehr stark. Und. Seht ihr das? Vario steppt immer leicht nach vorne. Das heißt, wenn ich F-Tilt spamme. Komm ich immer näher an den Gegner ran. Das heißt, wenn ich jetzt hier an der Edge bin. Und Spam F-Tilt. Komm ich immer näher an den Gegner. Das ist ganz geil. Weil so kavere ich hier die Rolle. Und der Gegner dann sich entscheidet. Normal Get-Up zu machen. Denn. Bin ich nach zwei F-Tilt. Auch für Normal Get-Up Ready. Und treffen ihn. Das ist interessant, oder? Wenn der Gegner zu lange an Edge hängt. Kann man ihn mit dem Down-Engle F-Tilt treffen. Was natürlich auch super early killt. Jetzt habe ich den Warft. Vario hat keine Down-Beal Leute. Aber er hat den Warft. Den Furz. Also der ist erst in 50 Sekunden ready. Warft erste Stufe. Erste Stufe ist eben mal ein bisschen schneller. Und Warft zweite Stufe. Ist nach 1 Minute 50 ready. Und naja. So Warft Setups komme ich später. Aber ja. Das war eins davon. Falling up air into Warft. Man kann neutral air into Warft man. Up tilt into Warft. Bike into Warft. Und down air into erste Stufe Warft. Und so die Warft Setups. Ich kenne. Weiß nicht, ob es da noch mehr gibt. Das war so am Rand notiert. Weil Wario ist in der Hinsicht unique. Weil ich jetzt Down-Beal mal. Und passiert halt nix. Deswegen sage ich. Er hat keine richtige Down-Beal. Er lädt sich halt nach der Zeit auf. Deswegen ist Wario auch in einem defensiven Spielstil sehr gut. Wenn man sich defensiv verhältst. Sehr lange durchhält. So wegrennt. Und generell sich patient verhält. Wenn du auf Zeit spielst. Dann glänzt Wario. Weil du hast halt diesen Warft. Ist auch ein sehr gutes Comeback-Tool. Wenn man mal einen Rückstand hat. Kann man sehr leicht damit comebacken. Wie beim K.O. Punch mit L.M.E.C. zum Beispiel. Nur dass man im Gegensatz zum K.O. Punch. Den Warft nicht verliert. Wenn L.M.E.C. getroffen wird. K.O. Punch hat verliert er ihn. Wario ihn halt nicht. Das ist geile. Und wenn ich Items aufsammle. Jetzt zum Beispiel. Casual-Spiel. Mit Items. Oder aber euer Bike Fress. Oder zum Beispiel Link Arrows Fress. Dann lädt sich das um anderthalb Sekunden schneller auf. Dieser Warft. Das war diese Warft. Down into erste Stufe Warft. Habe ich jetzt auch gezeigt. Weil ich habe das gerade gemerkt. Dass er geleuchtet hat. Das bedeutet. Ihr habt den Warfts. Erste Stufe gerade ready. Na ihr müsst auch immer gucken. Wenn er gerade blitzt. Dann wisst ihr. Ah ja. Erste Stufe Warft ist ready. Gibt auch noch eine Zwischenstufe. Die ist mega schwach. Ich glaube 10 Sekunden. Das ist diese hier. Die bringt aber nichts. Die könnte vergessen. Unter 10 Sekunden. Ja. Wari übelst leck. Das könnt ihr als Taunt nutzen. He. Das ist ganz gut. Aber ja. Das war am Rand notiert. Oh ich bin stehen geblieben. Eftel ne. Eftel ist gut nach Techshades auch. Der Gegner. Tag gemistert. Könnt ihr eh mal Techchase damit machen. Super gut. Und nach den Dauntills ehemals. Mehr kann man mit dem Eftel. Ich meine. Unleadches ist wie gesagt sehr gut. Ihr kommt immer näher dran. So kamert ihr die Rolle. Dann kommt ihr näher ran. Der Gegner zu lang hängt. Catcht er ihn. Und generell. Normal get up. Um das zu catchen. Das ist auch sehr gut. Von daher. Extrem gut an der Edge. Extrem gut an der Edge auch. Von nun zu Abzills. Abzills ist richtig insane. Holy shit. Mal guckt euch das mal an. Komm out in sich selbst. Komm out in der Abwehr. Komm out in jeden Aerial eigentlich. Das ist so gut. Und in Warf. Wie gesagt. So ein guter Move. Holy shit. Der Abzills ist so gut. Wo ich den erst mal gesehen habe. Hab ich gedacht. Das ist ein Bug. Oh es lag an Spirits. Weil ich hab Varios erst mal in World of Light. Hab alles gespielt. Ich hab echt gedacht. Es lag an den Spirits. Aber guckt euch das mal an. Der Abzills in Smash 4 war so. Und jetzt. Das ist irgendwie doppelt zu schnell geworden. WTF. Ich sag hier. Er hat irgendwie das magische Knoblauch entdeckt. Was den Superkräfte verliehen hat. Was ist das? Ich meine. Was ist das? Jetzt mal ohne Scheiß. Komm und in sich selbst. Kann man als Swallow auch nach. Neutral Air. Mit zwei Mount. Oh mein Gott. Das ist so ridiculous. Guck dir. Das ist mal halbisch schnell. Wario. Damage aufbauen. Dieser Wario inzwischen ist so geil. Holy shit. Das war ohne Witz. Das ist einfach nur mega heftig. Und Falling Up Air. Könnt ihr auch in Abzills kommen. Und dann in weiter Abzills kommen. Es ist ein Anti Air Tool. Es ist ein Combo Tool. Das ist quasi die Abzills von Wario. In Anführungsstrichen. Mehr. Kann man damit jetzt auch nicht machen. Follow Up Second In Util. Follow Up. Landing Up Air. Wenn ihr Anti Airt mit der Abzills. Du Combo tillt sich selbst. Und die ideale Combo ist niemals danach. Ab Air. Das ist alles was man zum Abzills sagen kann. Super guter Move. Holy shit. Wenn der Gegner über einen ist. Oh krass. Und eine richtig gute Range da oben. So höher zur Seite. Weil die Hände werden größer. Das ist so gut. Aber gut. Kommen wir jetzt zu den Aerials. Neutral Air. Eine der besten Moves von Wario. Sehr gut Out of Shield. Schnellste Out of Shield Option nach der Abbi. Abbi ist Frame 6 Out of Shield. Frame 7 mit Shield Drop. Ist ehemals. Die Neutral Air ist an sich Frame 4. Frame 5 wäre die Fair. Ist auch eine sehr schnelle Out of Shield Option. Ja aber Out of Shield ist ehemals super gut. Weil man ehemals die Combo dann starten kann. Neutral Air into Upsills. Neutral Air into Neutral Air. Neutral Air into Fair. Oder Neutral into Back Air geht auch. Aber ja Fair. Back Air geht wenn der Gegner hinter einem ist. Mein Wario ist so sick. Na ja das sind die Neutral Air. Aber es sind zwei Hits. Das ist auch so schnell geworden. Können den zweiten nicht jederzeit kommen. Der zweite Hits ist halt so ein Combo Move. Combo in War of. Combo in jeden Aerial gefühlt. Auch natürlich in Up Air. Ab Air sogar am besten. Und ist auch sehr lange aktiv. Guckt euch das mal an. Wie lange aktiv dieser Move ist. Wird aber von einigen Moves besiegt. Deswegen würde ich es nicht zum Spacing benutzen. Nur zum Punischen. zu Wolf Punischen. Und eben halt Out of Shield. Als Combo Starter. Und ja ihr seht. Bei höheren Prozenten führt der erste Hits. Der Neutral Air auch zu Tech Chases. Interessant ne. Der Gegner nicht Tech. Könnt ihr einen Jack Lock bekommen. Dafür ist übrigens auch der Jack. Und jetzt hier nochmal auf 60 gehen. Dafür kann man den Jack nutzen. Ah ja. Dann führt es zu Tech Chases. Und sonst Combo es eh mal in den zweiten Hits. Bei Low Prozenten. Und der zweite Hits. Der Neutral Air. Combo eh mal immer. Egal bei welchen Prozenten. Der Combo immer. Aber. Gebt ihr mal eins. Bei höheren Prozenten. Wenn ihr mit den ersten Hits trefft. Habt ihr keine Follower-Möglichkeiten. Wenn ihr den Gegner wegschläuert. Kann halt passieren, dass ihr Attack Chase bekommt. Wer Attack Chase bekommt. Könnt ihr natürlich auch F-Till machen. Oder Dash-Tag. Das bleibt euch überlassen. Ob ihr Jack Lock machen wollt. F-Till. Dash-Tag. Oder aber auch. Stimmt. Das sollte ich euch auch noch zeigen. Wenn der Gegner wegrollt. Dann Attack Chase. Könnt ihr den Bike machen. Damit könnt ihr auch Attack Chasen. Oder. Bike. Das geht auch. Also Mario hat einige Attack Chase Optionen. Wie ihr hier sehen könnt. Da könnt ihr gerne kreativ mit sein. Aber ja. Das sind so die Möglichkeiten. Also U2R hauptsächlich Out-of-Sheet benutzen. Zur Rift Punch benutzen. Ist ein mega guter Combo-Starter. Kommt in jeden Aerial. Im zweiten Hit. Und. Der erste Hit. Führt zu Attack Chase Situationen. Ab. Äh. 65%. Ca. Wollt ihr weiterhin mit der Neutral Air kommen. Und. Solltet ihr. Mal versuchen mit dem zweiten Hit zu landen. Bei höheren Prozenten. Das ist so alles was man zur Neutral Air sagen kann. Gut. Ich komme jetzt zur Forward Air. Die Fähre von Vario. Die Fähre von Vario ist ein sehr gutes Spacing Tool. Äh. Aber bei Low Prozents. Könnt ihr es halt zum Space benutzen. Für Chip Damage. Macht halt. ganz leichten. Ganz leichten. Schaden. Zum Beispiel Fahne. Ich würde es nicht nehmen. Weil. Mehr Combo Potenzial hat eben halt die Neutral Air. Wie ihr eben gesehen habt. Aber gerade da. Wo der erste Hit von Neutral Air nicht mehr. Äh. Nicht mehr Combo. Da könnt ihr eben mal anfangen die Fähre zu benutzen. Weil diese Retreat Fähre ist erstens mega safe. Zweitens. Mega lang aktiv. Und. Drittens. Führt sie. Zu Tech Chases. Auch wieder mal. Sowas könnt ihr mal. Führt halt zur Tech Chases Situation. Das ist super cool. Könnt sogar damit äh. Jet blocken. So was könnt ihr mal. Wenn ihr ja mit einem Weakid trefft. Ist auch ganz wichtig. Ja jetzt sind die Prozent zu hoch. Aber ja. Damit kann man auch Jet blocken. Schrauben wir nochmal die Prozent runter. Seht ihr das? Der erste Hit ist der stärkste. Und wenn man dann. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist. Dass äh. Die ersten aktiven Frames. Äh. Stärker sind. Als die. Späteren aktiven Frames. Seht ihr? Jetzt hat er gar kein Lockback bekommen. Was kann man eben halt auch für sich nutzen. Indem man so ein Lock macht. Wird sich Jab Lock nennen. Weil das ist ja kein Jab. Aber ja. Und. Des Weiteren kann man das eben halt auch benutzen. Um den Gegner zu gimpen. Ungefähr. Vor allen Dingen der Wii Kids. Der Fähr. Kombots. Quasi nochmal in der Fähr. Das finde ich auch interessant. Und in F-Tilt. In Dash Tag. Und man kann das super benutzen. Um den Gegner zu gimpen. Also. Wenn der Gegner jetzt hier offstage ist. Dann zeige ich euch einen typischen Fähr Gimp mit Vario. Super geil. Da der Move so lange aktiv ist. Ist es ehemals ideale Gimping Tool. Der Wii Kids. Kommt. Ähm. In Strong Hit. Der Fähr. Kommt aber auch in Down Tilt. Und dann kommt man wieder. Das ganze im Dash Tag. Oder in Forward Tilt. Kommt. Ja. Das war. Basically die Fähr. Kommt wir jetzt zu Up Air. Up Air habe ich euch ja schon gesagt. Als. Kombostarter nehmen. Landing Up Air. Und es generell im Kombotool. Um den Gegner hochzuhalten. Und man kann das bisschen mit. Smash 4 Cloud vergleichen. Weil. Es ist so schnell. Hat so eine gute Range da oben. Dieser Clap. Aber das Geräusch ist auch mega satisfying. Killed jetzt nicht so gut. Das war ganz hoch. 2%. Das ist so eine gute Kombo. Holy shit. Mutual Air into Up Air. Upzills into Up Air. Up Air into Up Air. Und alles. Quasi. Ähm. Ja. Dinge die mal in die Up Air kommen wurden. Und. Nicht zu vergessen. Upflow into Up Air. Bis. 65%. Das ist auch eine True Kombo. Deswegen. Also. Ab Air hauptsächlich zum Kombo. Zum Kombo starten. Zum Damage extendern. Am meisten Damage. Vor allem. Aerials von Mario. Aber killen tut es eben halt. Sehr sehr spät. Aber ihr seht es. Und. Das ist wesentlich die Up Air. Und. Der Gegner über Varios. Benutzt die Up Air. Um den Gegner zu jugglen. Um Schaden aufzubauen. Um den Gegner zu kommen wurden. Mehr kann man dazu nicht sagen. Kommen wir jetzt zur Down Air. Die Down Air von Varios. Auch sehr gut zum Edge garen. Der Gegner jetzt hier mal Offstage springen. Ja. 1% sollten höher sein. So geht es eigentlich schon. Kommen wir hier. Edge comern. Mit. Mit. Der Down Air. Das ist eine super Sache. Entweder wird der Gegner. Stage spike. Äh. Stiert. Dadurch dass der Move. Sehr lange aktiv ist. Und auch eine sehr gute Hitbox hat. Kann man es eben mal. Perfekt zum Edge gar nehmen. Ist auch manchmal eine gute Sache. Äh. Wenn man die Gegner mit Cross Up. Dass ein Multi-Hit-Move ist. Schielen manche nicht alle Hits. Das ist eben alles tolle daran. Ja. Und wenn Vario jetzt. Ähm. In Richtung der Stage guckt. Dann wird der Gegner. Stage spiked. Der Gegner. Äh. Wenn Vario. Weg von der Stage guckt. Dann wird der Gegner weggeschleudert. Das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Äh. Angenommen der Gegner shieldet. Dann machen wir ein Multi-Hit-Move. Der Gegner shield eventuell nicht alle Hits. Weil er nicht drauf gefasst ist. Das ist eben halt richtig geil. Komm-Mon kann man daraus nicht wirklich. Aber ist ein nettes Mix-Up. Um hinterm Schild das Gegner zu landen. Und. Um eben halt hier die Edge zu covern. Besonders gut wenn einer versucht. Gradlinig hier vor unten zu recovern. Weil. Vario besiegt die meisten Loops damit. Das ist ziemlich geil. Ähm. Ach ja. Auch wenn man nicht den letzten Hit bekommt. Dann kann man das sogar in Byte kommen. Seht ihr das? Das finde ich auch sehr sehr geil. Und down and Byte. Und was ihr euch ja schon gesagt habt. In der ersten Furz quasi. In der ersten Furz Stufe. Boom. Auch true. Das geht halt nur wenn ihr nicht den Strong-Hit bekommt. Das war jetzt das Strong-Hit. Dann würde es natürlich nicht gehen. Aber so geht es jederzeit. Kein Problem. Das ist alles was man mit der Sauer machen kann. Zum Edge-Garn gegen Gradlinig Recoveries. Um die Edge zu covern. Mit sehr vielen aktiven Hits. Und. Um das Schild das Gegner zu Cross-Up. Und als Mix-Up um das eben halt in Byte zu kommen. Oder in. Furz. Das ist auch ein Kill Confirmed. Weil die erste Furz. Die erste Furz Stufe. Ist gar nicht mal so schwach. Und wenn man dann eben ein Down and to Warf bekommt. Dann kann das schon. 100% an der Edge killen. Die Back-Air von Wario ist ehemals hauptsächlich gut zum killen Leute. Kann man natürlich auch benutzen zum Spacen. Wenn der Gegner in Luft einen Move gemacht hat. Und nicht getroffen hat. Kann man damit punishen quasi. Offstage benutzen. Kill super early. Die Back-Air. Ist echt ein guter Kill-Move. Definitiv. Und ist gar nicht mal so laggy. Aber ja. Kein Kompon-Move. Ist halt wirklich nur dafür da. Um ehemals zu killen. So viel ist doch weg. Ja. Und die. Nutsch. Deswegen behalte ich das mal im Kopf. Gut. Kommen wir jetzt. Zu den Smash-Attacken von Wario. Die Smash-Attacken von Wario. Sind alle ziemlich laggy. Fangen wir mit den Down-Smash an. Der Down-Smash an. Der Down-Smash ist der schlechtste Move. Nach dem Jet. Wie ich finde. Range ist so meh. Und das ist sehr, sehr panischbar. Da seht ihr wie schlecht die Range da ist. Dann kann es höchstens an der Edge benutzen. Um Rollen zu covern. Aber ganz ehrlich. Da gibt es bessere Optionen. Würde ich doch lieber Down-Sills machen. Und dann F-Sills. Alles viel besser. Oder Bike dahin legen. Das Bike hochwerfen. Ist auch sehr gut. Um hier die Edge zu covern. Das mache ich halt sehr gerne. Sowas. Und demnach würde ich den Down-Smash einfach gar nicht benutzen. Wario hat keinen Down-Smash. Könnte vergessen. Den F-Smash kann man immerhin benutzen. Als Hard Punish. Weil er ist sehr strong. Und extrem starker F-Smash. Gilt schon mal 60%. An der Edge natürlich. Na gut. Bei Cap'n Felgen noch nicht ganz. Da haben wir ja noch 67%. Ja, was seht ihr? Meistens Scharzt sterben halt bei 60. Wir haben hier natürlich wieder ein extrem Beispiel mit Cap'n Felgen, der ein Heavyweight ist. Der weiß ich Scharzt über 60. Deswegen extrem starker F-Smash. Aber super Leggy. Ihr seht's. Dauert bis er rauskommt. Und hat auch super viel End-Lag. Huuu. Wenn der Gegner aber die ganze Zeit zum Beispiel Ariel spammt. Keinen Disjoints hat. Könnt ihr es natürlich auch benutzen um sowas eh mal zu ziehen. Wario struggle by the way gegen Schwertkämpfer. Das nur mal am Rand notiert. Weil er ehemals selber nicht die beste Range hat und auch keinen Disjoints hat. Aber ja, das ist der F-Smash Hard Punish Option. Wenn der Gegner die ganze Zeit Sachen spammt, könnt ihr halt Pivot F-Smash machen. Das ist voll gut dann. Der F-Smash ist definitiv der beste Angriff von Wario. Also der beste Smash-Angriff. Ist am Kopf unverwundbar. Und ich sag mal so. Eine Abhilfe kann man das benutzen. Und des Weiteren wird sein Kopf halt sehr, sehr gigantisch. Man hat eine gute Range da oben. Man kann es als Anti-A-Move benutzen. Lustigerweise kann man sogar Neutral-Air bei Low-Prozent in 2. Nee, in Abstrash-Kombo gegen Fast-Spauler. Ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Aber ja, ist halt nicht optimal. Semi-Spiked auch mal die Down-Air. Deswegen sag ich ja, Down-Air ist so gut. Ups. Ich finde das interessant, sowas kommen wollen kann. Aber ja, benutzt es hauptsächlich als Anti-Air. Der Gegner versucht zu landen. Und ist scheißegal was der Gegner für Move macht. Ihr besiegt ihr Move das Gegner. Und der Move kommt auch relativ schnell raus. Du kannst jetzt nicht mit Mario oder so vergleichen. Mario und Luigi. Die Up-Smashes oder Mr. Game & Watch. Die sind halt viel besser als Wario. Aber der ist nicht schlecht. Definitiv nicht schlecht. Der beste Smash-Angriff von Wario. Wenn ihr den Smash-Angriff nutzen wollt, dann hauptsächlich diesen hier. Kommen wir nun zu den Smash-Angriff von Wario. Dann erstmal ein YouTube hier. Der Biss. Der Biss ist richtig geil. Denn er heilt Wario in diesem Spiel. Ihr seht schon, ich bin jetzt auf 5%. Und regeneriere mich damit ein bisschen. Nicht allzu krass, aber immerhin ein bisschen. Ihr solltet jetzt auch den B-Knopf maschen. Wenn der Gegner drin ist. Mascht ihr nämlich nicht. Dann ist das nicht so effektiv wie ihr sehen könnt. Hier nochmal zum Vergleich. Ungemashed. Und mit Merschen. Und mit Merschen. Nach fast doppelt so viel Schaden mit Merschen. Just saying. Und ihr heilt euch mehr und macht euch immer mehr Schaden. Der Biss von Wario ist gut nach Tag Chases. Und wenn der Gegner Tag miss könnt ihr zum Beispiel versuchen den Gegner zu catchen. Wenn der Gegner die ganze Zeit Angst vor dem Warft hat. Im Schild gezwungen ist. Dann könnt ihr natürlich auch den Biss machen. Angenau ich bin über den Gegner. Hat Angst vor Warft. Fahrt ich runter. Command, Grab. Bumm. Kann man nämlich nicht shielden. Was ich auch gerne mache ist. Den Gegner zu Cross Up mit Warft. Hinter den Gegner springen. Hat er Angst vor Back Air. Würde die Backer schilden und Punischen. Aber dann kommt ihm weiter Biss. Sau geil. An der Edge. Ultra geil. Ich deck zwei Optionen ab. Neh ich einmal Jammen. Und Normal Get Up. Indem ich hier Full Up mache. Und dann Biss. Das hat sich wirklich bewährt bei mir. Das ist knapp gegen die meisten Spieler. Und ihr könnt lustigerweise auch den Vario Side machen. Den Gegner tatsächlich in den Tod drängen. Und das geht sogar soweit. Dass wenn der Gegner zu nah an Edge steht. Der das auch so machen könnt. Ist das nicht geil? Der Gegner schnell rausmashed. Kann Vario sogar teilweise überleben. Wenn er seinen Jump nutzt. Und dann Bike. Hat Vario in Double Jump genutzt. Dann kann man Bike machen. Und bekommt einen extra Jump. Somit sein Vario quasi drei Jumps. Benutze ich aber erst Bike. Dann habt ihr nur zwei Jumps. Wenn die Jumps verbraucht sind. Bekommt ihr quasi einen extra Jump. Durch das Bike. Der ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Dazu Bike kommen wir später noch. Also wie benutzt man den Biss. Ihr könnt den Tag Chaser benutzen. Ihr könnt es zum Crossup benutzen. Das ist super gut. Ähm. Auch wenn ihr jetzt einen Grab erwartet. Könnt ihr halt so. Einen Fake-Out andeuten. Und dann eben mal Biss machen. Nehmen wir jetzt B-Reverse. Ist gut an der Edge. Zwei Optionen zu können. Aber Jump und hier. Nehmen wir Get Up. Und es ist quasi ein Luft Command Grab. Das ist auch das Tolle. Diddy Kong mit seinen Sidebeer hat auch ein Command Grab. Aber den kann man Luft nicht so gut benutzen. Wie den von Vario. Von Vario. Von Vario seit diesem. Richtig geil. Und ihr könnt natürlich Items damit fressen. Rob's Jairo, Diddy Kongs Bananen. Dadurch heilt ihr euch. Lad euren Waft auf. Das ist auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Pro Item 1,5 Sekunden. Das Problem ist ja jetzt hier ein Bombe-Item nehmen. Ja es kann ja auch passieren. Wenn Link zum Beispiel so eine Bombe hier liegen hat. Dann passiert ein bisschen was Negatives. Vario hat mehr Lack. Und nimmt Schaden. Bombige Sachen verträgt er nämlich deswegen nicht so gut. Deswegen passt auf was ihr esst. Ihr könnt es trotzdem essen. Aber nehmt halt Schaden und habt dadurch mehr Lack. Weil es erstmal was verdauen muss. Da haben wir Up Tilt into Warft. Naja der Fuhrs war gerade aufgeladen. Konnt ihr euch das schon mal zeigen. Up Air into Warft hatten wir. Up Tilt into Warft. Der muss nur Bike und Mutual Air into Warft euch zeigen. Weil Down into Warft hatten wir auch schon. Die erste Stufe vom Warft kommt halt schnell heraus. Als die voll aufgeladenen Warft haben. Und deswegen denkt nicht. Dass ihr den ähm. Voll aufgeladenen Warft nach der Daune ermahnen könnt. Weil das geht nämlich nicht. So kommen wir jetzt zur Side B vom Wario. Die Side B vom Wario ist das Bike. Ähm. Das war auch 6 Sekunden bis es wieder. Spawned. Wenn es weg ist. Neh. Wenn ich jetzt halt nie mal. Dann habe ich übelsten Lack. Und kann das Bike eben halt nicht benutzen. Er sucht verzweifelt sein Bike. So jetzt sind es 6 Sekunden vorbei. Jetzt kann ich das Bike wieder benutzen. Das soll halt den Bike Spam verhindern. Weil das war im Mutual ehmals. In Smash 4 immer der Fall. Dass Varios quasi gekämpft haben. Und wir haben Bike auf die Gegner geschlörert haben. Das wollen sie jetzt verhindern. Das Problem ist. Wenn das Bike weg ist. Ist die Recurly auch dementsprechend scheiße von Wario. Er hat halt nur diese Abi. Die gar nicht so weit hoch kommt. Deswegen. Ähm. Passt auf wenn ihr jetzt versucht den Gegner zu kippen. Dass auch euer Bike noch da ist. Er hat echt ein großes Problem. Wenn es nicht da ist. Wie funktioniert das Bike? Naja. Ihr könnt halt wenn ihr. In Blickrichtung von Wario. Äh. Drückt. In dem Fall jetzt nach links. Beschleunigen. Dann kommt das Bike sogar in sich selbst. Auf relativ viel Schaden. Könnt aber auch. Kein Input machen. Denn das Bike. Langsam. Wird immer langsamer. Na. Irgendwann ist es sogar so langsam. Und es ist keine aktive Hitbox mehr. Dann gibt es noch ein Bike Move. Wenn man sich jetzt umdreht. Schreit den Gegner weg. Bringt jetzt nicht so viel. Nur. Wenn man halt retweetet. Dass man noch eine Hitbox drauf schaut. Und es gibt den Bike Spike. Das ist nämlich wenn ich jetzt hier. Das war eigentlich nach oben ziehe. Eins habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ist nicht relevant eigentlich. Aber wenn ihr auf dem Bike seid. Könnt ihr auch taunen. Habt ein Unique Taunt. Somit hat Wario 4 Taunts. Okay. Fünf Taunts. Okay. Sechs Taunts. Ja. Aber. Wollte ich noch kurz erwähnt haben. Der Vollständigkeit halber. Wir sprechen jetzt das Bike als Item an sich. Um das Bike zu bekommen. Sollte man hier einmal gegen fahren. Gegen die Edge. Dann bekommt man das relativ schnell. Und hat es direkt hier an der Kante liegen. Was halt sehr geil ist. Weil. Es ist super gut zum Ledge Trappen. Die Reichweite des Bikes. Ist amazing. Es ist halt die ganze Zeit aktiv. Beim Hochwerfen. Da steckt man so ziemlich alle Optionen ab. Wenn man es hochwirft. Hat man Full Warft aufgeladen. Kann man die Warft dadurch extenden. Wenn man Full Warft aufs Bike macht. Aber nur Warft Stufe 1. Dann geht es allerdings nicht. Wenn man den vollen Warft. Dann fuhre ich das Bike an. Dann ist überall da wo das Bike ehemals ist. Auch eine Warft Hitbox. Was richtig geil ist. Hat jemand eine sehr schlechte Recovery. Kann man das Bike ehemals hinterher schmeißen. Nicht zum Beispiel hier. Bei Captain Felden. Wenn zwar nicht weich. Kann man halt Edge Gun. Hat super viel Schaden. Und man hat sogar einige Throw Combos mit dem Bike. Ob ihr es glaubt oder nicht. Weil wenn ich das Bike jetzt hier hochwerfe. Das Bike ist jetzt hinter dem Gegner. Ich bekomme ein Grab. Dann kann ich Down-Froben machen. Der Gegner fliegt in das Bike. Wenn das Bike über den Gegner ist. Kann ich Ab-Froben machen. Bumm. Und ich kann sogar Biss machen. Seht ihr? Richtig geil. Also man hat einige Möglichkeiten mit dem Bike. Als Item an sich. Wenn ich das Bike jetzt hier transportiere. Bin ich sehr langsam. Außer ich bin Donkey Kong. Donkey Kong kann das Bike viel schneller transportieren. Seht ihr? Ist man nicht so schnell damit. Aber hey. Der Gegner kann das Bike auch benutzen. Deswegen seid vorsichtig. Halt nur als Item. Jetzt kann ich euch zeigen. Was ich damit meine. Wenn ich so Warft Extender. Wenn das Bike hier liegt. Ah. Die 6 Sekunden Nerven. Ne. Gegner recovered. Bike liegt. Überall wo das Bike war. War jetzt noch eine aktive Warft Hitbox. Es war so gut. Unbelievable. Was macht jeder gute Wario? Es ist ein Bike jämlich. Wer Warft hat um die Warft Hitbox zu extrem. Ansonsten wirft man es halt immer hoch. Um immer als bestmöglichsten Ledgetrap Optionen zu haben. Gut. Soviel zum Bike. Wie gesagt. Wenn ihr Double Jump gewastet habt. Dann könnt ihr ein weiteres Mal nach dem Bike springen. Und was auch ganz wichtig ist. Ihr könnt lustigerweise unsere Stage durch. Mit dem Bike. Das kann auch nicht jeder Charakter. Also wenn ihr irgendwie Angst habt gelaggetrapped zu werden. Und euch nicht wohlfühlt. Dann geht doch einfach zur anderen Seite. Das geht auch. Auch wichtig zu erwähnen. Ich finde. Gut. Und das Bike kann natürlich auch in Luft verwendet werden. Und wenn ihr es in Luft macht. Könnt ihr es halt rängeln. Könnt ihr es da oben ziehen. Das lustige ist. Ihr könnt damit Projektile besiegen. Wenn ihr das Bike so hoch zieht. Das Bike dann kaputt geht. Bei starken Projektilen. Das schwache Projektil könnt ihr damit umgehen. Und quasi. Somit auch approachen. Gut. Ich komme jetzt zur Down B von Wario. Der Warft. Ich brauche nicht viel zu sagen. Super solide Kill Option. Mega krasses Comeback Tool. Und ja. Warft will ich nur als Rift Punish benutzen. Und eh mal in Warft Combos. Uptilt into Warft. Neutral Air into Warft. Neutral Air into Warft. Neutral Air 2 into Warft. Landing Up Air into Warft. Und Bike into Warft. Neutral Air 2 into Warft. Muss ich auch noch zeigen. Und Bike into Warft. Dazu müssen wir auch wieder warten. Bis der Warft aufgeladen ist. Aber ja. Ihr habt ja schon einige Setups gesehen. Und. Natürlich. Down Air into 1. Warft. Ist auch ne Sache. Hab ich jetzt schon. Bestimmt das dritte Mal gesagt. Gut. Kommen wir jetzt zur Abi. Abi ist die beste Out of Shield Option von Wario. Frame 6. Wir haben jetzt ein Frame schneller als. Neutral Air of Shield. Weil ich Neutral Air of Shield dazu wieder finde. Daraus kommen wir können. Aber trotzdem. Sollte man das nicht. Äh. Außer abgelassen. Vor allem wenn man ein Cross Up wurde. Ging dir hinter ein Stück. War auch einfach ab. Wie man. Ist ganz cool. Ansonsten ist es natürlich ne Recurry. Nicht die beste Recurry. Von hier schaffe ich es gerade noch so. Von hier dann schon. Äh. Doch auch noch. Von hier nicht mehr. Also. Geht ungefähr. Wenn ihr gerade hier steht. Jetzt. Ungefähr. So ab Blastzorn. Kommt ihr noch hoch. Wer oben drückt. Seht ihr. Aber gerade. Wenn ihr hier seid. Und kein Bike mehr habt. Es ist nicht so schlecht. Wie ihr hier sehen könnt. Richtig erbärmlich ist die. Aber man hat kaum Momente nach rechts und links. Nach der Abi. Alleine. Da komme ich schon nicht mehr hoch. Und das ist schon traurig. Wie ich finde. Hier. Also. Habt ihr das Bike nicht. Dann. Äh. Auf Ario eh mal. Extrem Probleme sich zu Recoveren. Da die Abi echt schlecht ist in der Hinsicht. Gut. Dann. Ähm. Zeig ich euch noch die letzten Warft Sachen. Warten mal bis der Warft ready ist. Und wir sehen uns gleich. Warft is ready. Dann machen wir es mal. Neutral End Warft. Das geht. Und. Bike into Warft. Das sind so die Warft Setups. Die ich kenne. Wisst ihr Bescheid. Eine Sache noch zum Warft. Nochmal warten. Wenn ihr wirkliches Bike nicht mehr habt. Ne. Auch keinen Jump mehr habt. Und mal hoch kommt. Dann könnt ihr den Warft als Recovery nutzen. Wie ihr das hier sehen. Man kriegt wirklich viel Höhe. Und der Pool Warft. Hat auch eine Headbutt Hitbox. Das zeige ich euch auch noch. Ach. So. Wenn ich jetzt hier nämlich mit dem Abzils treffe. Ja. Ich glaube es ist mit den Nahrungswiegenständen aufgelandet. Geht schneller. Ähm. Dann äh. Muss ich ja normalerweise springen. Springen und Warft machen. Ein Input. Einfach das Waffern. Dann treffe ich mit dem Fuatz. Wenn ich das aber nicht mache. Dann treffe ich mit der Kopfnuss. Pass mal auf. Was auch killen kann. Dum 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 dum. Geil oder? Also der Full Warft. Ist zwar langsamer. Hat aber eine Kopfnuss Hitbox. Wario kommt nach oben. Was er auch als Recovery nutzen kann. Und hat natürlich eine größere Range. Und noch mehr Kill Power. Der Full Warft. Das ist der Unterschied. So. Das war es jetzt aber zu dem Warft. Ähm. Gucken wir jetzt zu den Flows. Flows von Wario ist eigentlich relativ überschaubar. Haben wir den Hauptcombo Fro. Abflow. Kommen wir bis 65% in der Up-Air. Kriegt halt nur ein Up-Air daraus. Aber ist ja. Voll in Ordnung. 25% for free quasi. Dann haben wir Down-Throw. Down-Throw ist interessant. Kann man ein Dash-Tech rausbekommen. Man kann ein Bike rausbekommen. Und ist ein Insane-Throw für Teams. Dagegen. Äh. Hinter Wario fliegt. Kann man schöne Kombos in Teams mitmachen. Und ja. Äh. Nach. 16% für mich immer Down-Throw mal. Weil wenn der Gegner nicht springt. Das ist halt ne nette Sache. Das ist nicht true. Um Gottes Willen ist das nicht true. Auch bei 0% nicht. Hier. Dash-Attack ist nicht true. Und das Bike auch nicht. Aber wenn der Gegner nicht springt. Dann schon. Der Gegner muss sofort darauf reagieren. Aber ja. Wenn er halt gar nichts macht. Äh. Ist auch noch in ne Tech-Shade-Situation geforscht. Ist auch noch so ne Sache. Also. Durchaus interessanter Throw. Definitiv nicht schlecht. Der Down-Throw war ich. Aber der Haupt-Kommer-Throw. Den ihr eh mal nutzen solltest. Der Ab-Throw. Ab-Throw ab-air. Einfach nach der Ab-Throw. Ab-air-Buffern. Und schon. Das ist eh mal ne true-Kombo. Vor allen Dingen gegen sowas wie Captain Felgen. Die fast-Throw sind. Sehr lange true dann. Sogar noch länger als für 60%. Bis 80 wahrscheinlich. Ist sogar dann true. Joa. Ja Leute. Kommen wir jetzt zum Forward-Throw. Ihr seht schon. Ich hab die Prozent ein bisschen. Äh. Hochgeschraubt. Weil das ziemlich lächerlich ist. Dieser Forward-Throw. Der ehemal der Haupt-Kill-Throw. Von Vario in Smash 4 war. Der schon mal 130 gekillt hat. Wurde hier genervt. Und killt ehemal jetzt nicht mal mal 167%. Wtf. Ey. Meistens Chars sterben mal 160. Okay. Felgen immer nicht. War 170 ist aber tot. Wtf man. Es ist ein Semi-Kill-Flow somit nur noch. Aber es ist immer ein Kill-Flow. Der Backflow von Vario ist ungefähr genauso stark in dem Game. Ein bisschen schwächer. Was machen wir jetzt mit Vario Neutral? Ganz einfach. Man wartet auf einen Fehler als Gegner. Versucht Safe zu spielen. Mit R zu Spacen. Viel zu Dash-Dancen. Und wenn der Gegner immer einen Fehler gemacht hat. Dann geht man schön mit seinen Neutral-Air rein. Und startet ehemals seine großartigen Kombos mit Vario. Man kann auch aus dem Dash-Dance natürlich Down-Till machen. Und da rauskommen. Ist eh safe. Wenn man ein Schild trifft. Dann geht man für ein Grab. Oder dasht ehemal wieder weg. Vor- und Air zum Spacen benutzen. Sehr sehr wichtig. Retreat, fair. Super safe. Super lang aktiv. Natürlich nicht gegen Sword-Character nehmen. Aber gegen Leute, die ebenfalls keine Dash-Chains haben. Super guter Move im Neutral. Und... Ja, ansonsten versuchen wir uns Mixer. Mal ein Bike reinwerfen. Mal eine Cross-Up Down-Air reinwerfen. Kommt die ehemal in Biss. Oder macht generell einen Cross-Up-Biss. Ja. Das ist halt Vario. Das findet die Hemming nach einer Österreich. Bis zum nächsten Mal. ext khi用 Bersows-Arena. 5 bis zum nächsten Mal. Mal. gab es sehen.